Mein erster Kontakt war vor einigen Wochen. Da habe ich zum ersten Mal vom Interesse des HSV gehört. In den letzten Tagen wurde es dann intensiver und jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich hier bin. Wir haben ihn schon länger verfolgt, wir kennen ihn vor allem aus seiner Zeit in Malmö und einer Zeit in Russland, haben ihn zuletzt auch in Mallorca verfolgt und wir kennen ihn lange und wir freuen uns, dass es sich jetzt die Möglichkeit ergeben hat, ihn zu verpflichten. Er ist sehr reflektiert und sehr fokussiert, er weiß ziemlich genau, was er will. Er spricht mehrere Sprachen, ich glaube, er ist sehr adaptionsfähig, er kann sich schnell in Gruppen integrieren und wir sind uns sicher und freuen uns auf ihn. Ich bin ein Verteidiger, also Innenverteidiger. Ich mag es, zu verteidigen und von hinten heraus zu spielen. Ich gewinne gerne 1 gegen 1 Duelle. Wie mein Spielstil genau ist, werdet ihr ganz bald auf dem Feld sehen. Ich freue mich auf viele Dinge. Meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen, den Trainerstab und natürlich auch mein erstes Heimspiel hier im Volksparkstadion. Das wird eine tolle Erfahrung werden, auf die ich mich sehr freue. Ich habe von den Fans nur Gutes gehört. Es sollen immer sehr viele Leute im Stadion sein. Das zeigt natürlich, wie beliebt der HSV in Hamburg ist. Hamburg really likes HSV. Bistちゃんstab und ja Plan ertum. Ich bin ein paar Jahre lang auch schon im Stade und zum Geist Lou things like guckeabschied. Das ist ganz dünnig über was, denn ich kann nassen und achtens und die Fahrzeugen laufen, ich kann nassen und die Fahrzeugen laufen. Ich kann nassen und die Fahrzeugen laufen.